So, weiter geht's. Wo waren wir denn hier nochmal? Ah ja, genau. Ich hatte die alle gekillt. Und jetzt, äh... Genau, die Waffe wollte ich haben. Dürfen wir hier noch etwas nicht vergessen. Meine ich zumindest. Oder vertue ich mich da etwa wieder? Okay, also das scheint hier nicht nötig zu sein. Ah, das kommt immer davon, wenn man so Pausen macht, dann verliert man ein bisschen den Pfaden. Naja. Aber die Tür geht sowieso nicht ganz auf. So. Was machen wir denn mit den Waffen? Legen wir irgendwas ab hier? Ah ne, ich bleib erstmal bei der. Schauen wir nochmal ein bisschen hier auf die Schreibtische. Aber die sehen... Ah, da haben wir was für mich. Panzerplatten. Jawoll. Ich danke dafür. Oh, hier liegt ja noch viel mehr. Ja. Okay, da brauche ich nicht. Ein bisschen Panzerplatten nehme ich noch. Jetzt habe ich wieder voll. Und deswegen speichern wir hier nochmal. Vielleicht komme ich gleich nochmal zurück und holen wir was davon. Was piept das hier? Achso, ja mit den Waffen ablegen. Genau. Äh, ne da ist nix. Okay. Äh, ja. Den Server muss ich hier auch nochmal zerstören. Aber ich gehe erstmal weiter. Bin jetzt nicht sicher, ob dahinter wieder welche lauern. Was ist denn hier noch? Die Tür ist zu. Erstmal noch mal ein bisschen umgucken hier. Ich habe immer Angst, ich könnte was verpassen. Wo komme ich denn hier hin? Ja, hatte ich mir was gedacht. Da tut sich nichts. Dann gehen wir doch hier lang. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, total angespannt mal wieder. Irgendwas lauert auch wieder bestimmt hier auf mich. Aber zu sehen ist noch nix. Auch zu. Na gut. Da ist eine Kamera. Sonst sehe ich jetzt keine. So, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, ich gehe mal hier entlang. Konferenzraum. Scheint auch zu zu sein. Und der hier. Da scheint auch nix zu sein. Oh, da drüben ist auch noch nix. Oh. Was hat er zu bedeuten? Nix Gutes, glaube ich. Da gehen die Gitter zu. Ich höre Stimmen. Aber woher kommen die? Ganz vorsichtig sein. Oh, oh. Ich höre auch Geräusche. Da. Den habe ich. Oh, da. 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 Eriere hier schon bei uns. Kommt was. Mit Bewegung bleiben. Okay. Soweit kein Problem. Also noch mehr. Ja. Ok. Oh. Oh. Oh, meine Mutti. Na? Mach mal einen O-Scope, das geht besser. Schneller. Oh, jetzt kommt er auch von da. Oh, ich muss nachladen. Bewegung, Bewegung. Hab ich sie? Ich glaub nicht. Oder? Die Musik hört sich immer noch so an. Ich hab's da runtergefallen. Was heißt hier los, los, los? Oh, hinter mir. Scheiße. Oh. Seid ihr behörden? Oh, wo ist er? Ich seh ihn nicht. Nee, ich seh ihn nicht. Da. Zeigt sich doch schon. Oh. War es halt immer noch nicht? Darf ich hier noch für Waffen einstecken? Die Pistole hab ich schon länger nicht mehr benutzt. Mal gucken. Wo ist er? Ach, da ist gar keiner mehr. Ich hab gedacht, weil die Musik noch so am trellern ist, dauern da noch irgendwo Gegner. Ich hab hier jetzt keinen mehr. Ich hab hier jetzt keinen mehr. Naja, ja, ja. Ich fall da noch runter. Okay, ich würd sagen, wir gehen hier erstmal rein. Die Weste brauch ich eigentlich noch nicht. Was ist noch da hinten? Der Koffer. So, da haben wir wieder voll. Machen wir nochmal kurz speichern. Ah, was mach ich jetzt mit der Lebens... Sprengladungen. Aha. Okay. Machen wir mal hier auf. Warum kann ich hier keine Muni mehr nehmen? Der zeigt doch da unten Null an. Was soll das? Äh, ja, wenn das so ist... Guck mal den da. Behalte ich den noch? Ja, den behalte ich noch. Nochmal schnell gucken. Sprengladen. Ja, wo sind die denn jetzt? Aha, da sind Sprengladungen. Die brauch ich bestimmt gleich. Okay. Nehmen wir direkt wieder mit. Weg damit. Aber von hier bin ich doch eigentlich gekommen, ne? Na klar. Oh. Na gut, dann gehen wir mal in die Richtung hier. Oder bin ich von da gekommen? Scheiße. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ne, von da bin ich gekommen. Oh, nö. Ich bin ja total ineinander. Verdammt. Die Tür ist ja immer noch zu, ne? Ja. Ich will nochmal probieren. Was ist da los? Was ist da los? Oh oh. Springladung. Da ist keiner zu sehen. Aber hier bestimmt. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Gar nicht gut. Ist ja bestimmt ne Springladung. Warte mal, nehmen wir mal die dicke Wumme hier. Scheiße, war nicht gut. Jetzt aber. Jetzt hab ich sie. Sehr schön. Da war noch einer. Oh, er draucht. Ich sehe nix. Scheiße, jetzt haben wir wohl schon ganz schön Leben verloren. Jetzt geh ich da nochmal zurück. Weil ich hab ja noch die Weste da. Gut, dass ich mir die noch aufgehoben hab. So, nehmen wir die mal schön mit. Ja. Aber warum kann ich denn da jetzt nicht noch mehr Muni mitnehmen? Das finde ich jetzt irgendwie nicht richtig. So, okay. Jetzt geht's hier aber weiter. Aber erstmal muss ich natürlich die Springladung kaputt machen. So, die haben wir. Ah, da ist sie. Jetzt haben wir die auch. Ah, die Tür ist trotzdem zu. Na gut. Aber jetzt kann ich ja ohne Probleme da durchspringen. Da ist nix zu sehen. Da ist auch nix zu sehen. Schauen wir mal. Da ist nix. Die Kamera machen wir auch mal kaputt. Da warten sie bestimmt wieder. Ich meine, ich hätte auch etwas gesehen. Tatsächlich. Lass mal nachladen. Scheiße, wo läuft der hin? Bewegung, Bewegung. Ah, den hab ich ganz gut erwischt. Aber ich glaube... Jetzt nämlich tief... Nein, die wollte ich hier doch jetzt nicht. Ah. Ah, klar. Ausgerechnet jetzt. Los, go. Los, go. Oh, ich hab die doch erwischt. Hab ich gedacht, zumindest. Nee, keiner zu sehen. So. Die leg ich jetzt mal eben ab. Weg damit. Dafür nehm ich die. Nee, so rum. Gut. Gut. Was haben wir denn sonst noch hier? Erstmal nix. Na? Okay, da werden bestimmt wieder welche lauern, möchte ich wetten. Gehen wir mal vorsichtig um die Ecke gucken. Ja, hier mit Virus, da brauche ich ja anscheinend nix mehr zu machen. Das hat sich ja erledigt. Dann gehen wir mal hier gucken. Dann gehen wir mal hier gucken. Na? Da liegen Handgranaten. Da liegen Platten. Mal vor sich die... Ah, mal eben kurz frischenspeichern. Ich erschrecke mich immer, wenn der Tisch kaputt geht. Mein Gott, da treffe ich nicht, das Ding. Sehr schön, die sind auch erledigt. Ähm. Erstmal nachladen. Sehr schön. Gut. Gehen wir mal weiter gucken hier. Oh, da liegt ja noch was rum. Okay, aber sollen wir da extra nochmal... Lebensenergie habe ich sowieso voll. Ich glaube, das mache ich nicht. So, hier liegt jetzt zwar nix, aber... Nur einfach mal aus Spaß probieren. Ne, ich komme da immer noch nicht drüber. Kann ich hier irgendwas machen? Nein, anscheinend nicht. Okay, ich habe gedacht, hier geht es jetzt raus. Habe ich irgendwas falsch in Erinnerung? Achso, ich muss ja noch... Ach, ganz vergessen. Moment, die Server meine ich. Die muss ich noch kaputt machen. Und dann nehme ich mein dickes Rohr. Und... Ich werde jetzt erstmal die Server... ZERSTÖREN. Hier zum Beispiel. Äh... Da haben wir welche. Da ist auch noch einer. So, äh... Meine Güte, ne. Ist der nicht kaputt? Der ist nicht kaputt. Ist der jetzt kaputt? Ne, der ist immer noch nicht kaputt. Noch fünf Server. Okay. Das kriegen wir... Ah, ist immer noch nicht kaputt. Die aushalten das unglaublich. Den hier noch. Sehr schön. Hatte ich nur irgendwo selber vergessen? Anscheinend. Aber Moment, hier lag doch noch Muni für... Äh... Genau. Nicht, dass die mir gleich noch fehlt. So, wo haben wir denn die anderen Server? Mal ein bisschen aufpassen, ob hier noch irgendwo... Noch zwei. Noch einen. Ist hier keiner mehr. Da. So, Server zerstört. Sehr schön. Dann Towerleben verlassen. Und Phoenix-Transporter zerstören. So, ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung und vertrubige ich schon wieder. So. Gehen wir mal da hin. Und... Dann... Beenden wir gleich auch diesen Part. Moment mal. Nehmen wir das mal mit. Hier durch. Hier durch. An Granaten brauche ich anscheinend keiner. Äh... Hängen fest. Ah, hier sind auch noch Panzerplatten. Mein Gott. Ach, da liegt noch was rum. Ich habe gedacht, das wäre das gewesen. So, und hier speichern wir ab. Und... Beenden den Part. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.